Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum zweiten Saisonrennen hier in F1 2019. Herzlich willkommen aus der Wüste von Bahrain, genau wie gesagt, den Sack hier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid nach dem auch für mich persönlich sehr enttäuschten und ärgerlichen Ende des Grand Prix aus Australien, wo wir wirklich die Chance hatten mit Platz 14 oder 15. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig, einen wirklich guten Auftakt zu liefern und alles drum und dran. Den Haas hätte ich locker bekommen, den hätte ich wahrscheinlich bekommen. Ich weiß, ob es da vorne auf dem Posten hier gewesen wäre, aber hätte ja, wäre wenn. Leider hat mein Lenkrad ein bisschen gestreikt und alles drum und dran. Ich konnte es nicht mehr rechtzeitig in Gang bringen und so starten wir eine weitere Mauer und wurden leider mit Platz 20 und einer DSQ-Strafe belegt. Ja, mal gucken, ob er jetzt hier in Bahrain geht. Sie sind unerlässlich für die fortlaufende Entwicklung des Wagens. Aber wenn es nötig ist, kannst du die Session auch simulieren. Es ist nicht so effektiv, wie selbst hinter dem Steuer zu sitzen, aber besser als die gesamte Session zu verpassen. Bis in der Sonntagsliga umsteigt auf das neue Formel 1, auf das neue Formel 2019. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen in der Formel 2018 fahren. Ich vermute, dass wir morgen nochmal mit dem 18er fahren werden. So, nebenbei. Aber das kann ich euch noch nicht versprechen. Wie gesagt, ich melde mich jetzt sofort. Oder ihr werdet es wahrscheinlich auch sehen. Die Teams bleiben gleich. In der Sonntagsliga wird es wahrscheinlich so hinauslaufen, dass wir wahrscheinlich dann auch demnächst auf das neue Szenario umsteigen. Das sieht wohl alles sehr, sehr gut aus. Ja, da gibt es auch noch ein paar Gerüchte. Aber wie gesagt, das ist auch noch nichts bestätigt. Jeder darf dazu auch noch irgendwann mal meine Meinung abgeben. So, ähm. Ja, und der Motorsliga wird wahrscheinlich auch durchgefahren mit dem 18er. Aber wie gesagt, werdet ihr es ja rechtzeitig merken. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir mit dem FN 2019 weitermachen zu können heute. An diesem Freitag. Ja, Nachtrennen. Das erste von dreien in der Saison. Wobei eines davon tatsächlich teilweise Nachtrennen ist. Wir haben nämlich dann noch Singapur später in der Saison. Nach dem Europa-Ende in Italien. Und dann zum Saisonabschluss der Group Rie aus Abu Dhabi. So, 21 Rennen stehen an. Das zweite machen wir jetzt. Und wir gehen rein ins erste freie Training. Heute beginnt die Formel 1 auf dem Bach-Rhein International Center. Wie es aussieht, kommen wir gerade rechtzeitig zur Training-Session. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Ja, da sind wir wieder am Start. Wir sitzen an Bord um unseres Rocket-Formel-1-Boliden. Wieso heißt er, Williams-Formel-1-Boliden, so ist es richtig. Ja, wir wollen das Team natürlich wieder dahin bringen, wo es mal war. Nämlich wieder an die Spitze zurück. 97, 98 waren Williams wirklich mit eines der Top-Teams. Auch bis Valtteri Bottas dann leider ging. Ich glaube damals wurde man Dritter sogar in Abu Dhabi. Meine ich, in seinem letzten Rennen. Zwischendurch mal auch Philippe Massagut. Der hätte seine Probleme nicht gehabt, wäre der da wahrscheinlich auch vorne mit reingefahren. Aber hätte, wäre, wenn. Ist leider nicht so passiert. So, mal gucken, wie dieses Auto heute sich in Bahrain anfühlt. Ich gehe mal rein, suche immer mein Setup raus. Für die Leute, die mein Setup gerne haben wollen. Oder zumindest mal zeigen wollen, zeige ich euch das ganz einfach. Bei den Zitas fahre ich auf 10 Kilo. Aerodynamik 570, Transmission 50, 75. Ich fahre mit Lenkrad übrigens, mit dem Logitech G920. Nur dazu als kleine Information, falls auch Leute Lenkräder suchen. Dankeschön für die Information. Ja, was habe ich gerade gesagt? Genau, ich fahre mit dem Logitech G920. Ganz einfach, falls ihr noch Lenkräder sucht. Zumindest als Einsteiger, wenn ihr gerade mit dem Controller kommt, holt euch eines dieser Lenkräder. Genauso wie das T300. Ich komme gerade nicht auf den Hersteller. Das ist, glaube ich, auch kein... Es gab das Spassmaster T300, glaube ich, ist das richtig. Oder T150, eins von den beiden. Auch sehr einsteigerfreundliche Lenkräder. Ja, an dem Bein sitze ich auf einem Playseat, den ich mir damals im Autoversand bestellt habe. Werbung... Oh, halt auf die Fresse. Ja. Ich kann auch unten lese, dass nur ein Auto auf der Strecke ist. So, ja, genau. 50, 75, das habe ich gerade schon angemerkt. Dann fangen wir weiter mit der Radaufhängung. 1, 2 mal rechts, 2 mal links, simpel und klar. Und dann einfach die Radaufhängung mit 4, 4 und 4 mal die 3. Die Bremsen fahre ich auf 75,57. Ganz einfach. Wie gesagt, ich fahre auch noch mit der Pedalerie. Schon seit einigen Jahren mittlerweile. Und die Reifen 25 PSI vorne und 21,5 hinten. So, jetzt habt ihr auch ein Setup. Und, ja. Gut, dann würde ich euch mal mit auf eine Runde nehmen hier in Bahrain. Wir fahren kurz auf die Strecke und gucken, was die medium... ...die harten Reifen mit dem H gekennzeichnet. Ich gucke euch, dass es diesmal ein bisschen was einfacherer als du willst. Ein Render schätzt mir das nicht. Danke für die Information. Mein Gott, gib mir manchmal mit dieser Render Engine auf den Sack. Gut, ganz einfach. Wie gesagt, wir fahren mit den harten Reifen, die medium Reifen und die soft Reifen. Das ist alles ein bisschen einfacher. Es gibt keine Supersoft, es gibt keine Hypersoft, sondern einfach nur wirklich... ...hard, medium oder soft. So, es ist solch einfacher als Ende von 2018. Und es war auch für die Zuschauer, also es ist doch nicht einfacher. Das finde ich gut. So, dann gehen wir mal rein in die fliegende erste Runde. Und schauen wir mal, was uns hier in der Wüste von Bahrain so erwartet. Wie gesagt, ich erwarte mit dem Auto überhaupt gar nichts, was die Saison betrifft. Aber wir gucken einfach mal. Ich kenne diese Strecke so ein bisschen vom Schalten her und alles um und drei. Wie gesagt, ich halte ja die Saison selber. So, dann runter in den dritten. Wenn dieser Piepshol kommt, dann muss ich den Tum schalten und das Runterschalten seht ihr. Jetzt geht's runter in den zweiten Gang. Gut, die Lewis-Hamilton-Side werden wir wahrscheinlich nicht packen. Hier muss ich noch ein bisschen runterkommen, weil ich ein bisschen runtergekommen bin vom... Hier merkt ihr gerade, dass ich hier ordentlich Wiespinnen habe, äh, auf dieser Strecke. So, ich weiß auch gar nicht, wie die Zeiten aussehen. Ja, und genau das, was ich meine. Ja, wollte er viel zu viel. Das ist genau das Problem, was wir auch im Rennen hatten in Australien. Da wollte er zu viel. Ich muss das Problem, wenn wir ihn runterschalten. Auch ich muss mich überhaupt noch komplett neu umgewöhnen. Auch ich brauche hier meine Runden. 2 Sekunden hinterher mit, das ist dann gar nicht mal so eine mega schlechte Zwischenzeit und fährt auf Medium. Momentan sitzen wir vor Kimi Räikkönen. Wir sitzen momentan vor Kimi Räikkönen und Lenz Troll. Das ist gar nicht mal so, so ohne. Der Claire packt die Räikkönen-Zeit, äh, packt die Hamilton-Zeit. Das ist gar nicht mal. Ich weiß nicht, wie wir ihn verpassen. Ich weiß nicht, wie ich meine Räikkönen. Das ist gar nicht viel. Da ist gar nicht viel. Ich weiß nicht, wie wir ihn verhalten haben. Das ist gar nicht mehr. Das war ihm. Dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich sie verpassen. Das war ihm. So, ich arbeite mich natürlich wieder ein bisschen rein. Wir sind da sogar nicht mal ein Fettgemisch gefahren. Also die Zeit davor, der Ferrari und der Mercedes, der Mercedes werden wir gar nicht schlagen können. Denke ich mal. Ich muss halt ziemlich früh mittlerweile bremmen. Ich habe das Gefühl, dass er beim Runterschalten nochmal durchdreht. Ja, dieses Auto, das regt mich gerade so ein bisschen auf. Fahrer vor mir. Aber wir hätten ihn momentan. Wir hatten sie sogar Magnussen kassiert. Das ist momentan gar nicht mal so schlecht. Aber wir sind immer mal wieder keine Fehler drin. Das gefällt mir auch nicht. Ich komme immer mal wieder an einigen Kurven bis ins weit raus. Ich bin es gerade mal kurz. Ja, Marcel hat uns wieder kassiert. Ja, war auch noch minimal. Haben wir einen schnelleren Satz. Aber abgesehen davon. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei festplatzierten. Vettel, Hamilton und Charles Leclerc. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei. Aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ich vermute, wenn ich mit den Mediums gefahren wäre, wäre es wahrscheinlich eine Variante gewesen, dass wir hätten wahrscheinlich nochmal einen kleinen Sprung machen können. Dann wären wir wahrscheinlich immer bei Dance 2 oder mit ein bisschen Dussel bei der Ricciardo gelandet. Also, sagen wir mal so, ich finde den Auftrag eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es ist knapp, da hinterher gingen Fahrzeuge, die mit schöneren Reifen ausgerüstet waren. Und dann sind wir mal so, ich finde den Auftrag eigentlich gar nicht mal so, ich finde den Auftrag eigentlich gar nicht mal so, ich finde den Auftrag auch nicht mal so. So. Gut, das war das erste freie Training. Wir sehen uns jetzt gleich wieder im zweiten freien Abschnitt. Wie gesagt, ich lerne. Ich versuche zu lernen auch mit dem Schalter. Ich denke, es klappt mittlerweile deutlich besser. So. Diesmal geben wir auf, ja genau, wir bleiben auf dem Medium Reifen, das ist okay. Das ist in Ordnung soweit. Dann nehmen wir die gelben mit. Vielleicht können wir jetzt diesmal unseren Teamkollegen packen. Das ist natürlich immer das große Ziel eines Fahrrads, vor dem Teamkollegen zu haben. Es hat so, er hat es Wasser geschafft. In der Quali haben wir es gerade, haben wir es, haben wir ihn gepackt. Aber da war auch tatsächlich das Problem, ähm... Ja, am Ende ist es drin. So, ich muss ein bisschen vorsichtiger anbremsen. Und deswegen werde ich auch ein bisschen weniger quatschen in diesem Let's Play hier. Weil ich halt auch, wie gesagt, versuche zu lernen. Ich muss auch diesen Piepston hören. So, und dann zweiten. Ich habe das gemerkt gerade, dass ich beim Runterschalten auf einmal, dann nehmen wir noch mal einen richtigen Wiesbind drauf. So, ich muss mal so richtig Schub hinten auf die Achse bekommen. Diese Kurve, die frisst mir teilweise richtig. Oh, war das bei der Lichteffekt oder war das gerade Probleme mit dem Reifen? Bestzeitsektor... Ein... Haben wir Sektor, haben wir Sektor und Bestzeit gerade? Aber es sieht wohl so aus. Mon Grosjean, die Zeit verpackt mir sogar noch. Weil die Runde war eigentlich ganz gut. Ja, 36, 4. Ja, ma, putz you in the top of the tank. Ja, da war schon. Ja, da war schon. Ja, da war schon. Ein bisschen zu weit raus. So, zurück in die Garage. Also es hat auf jeden Fall fast funktioniert. Ich muss sagen, es geht immer jetzt einen Ticken besser, aber es wird natürlich interessant sein, wie das Rennen nachher, äh, nicht rennen nachher, sondern vor euch nachher, für euch nur am Sonntag. Wie lange sind wir dann dran? 1 Sekunde hinter dem Mercedes. Sie stehen momentan eine halbe Sekunde vor dem Ferrari. Und das muss man erstmal auf die Reihe kriegen, mit dem Bild. Als 35,9 momentan. Wir machen Step by Step weitere Schritte nach vorne. Mal gucken, was die Mii Soft Reifen ist. Wie gesagt, wir werden natürlich nicht da oben sitzen, also auf jeden Fall. Ja, wir sagen, wenn wir Glück haben, wir schaffen mal so. Irgendwie mein Ziel ist es ja, so ran an die Top Ten, so 13, 14, 15. Das ist so, ja, 16. Das wäre auch natürlich noch ein Ergebnis, wo man heute zufrieden wäre mit. Aber momentan hängen wir auf Platz 8. Und das, man will, wir haben es jetzt 9. Ich glaube, die Top Ten, wenn man, das könnte das geil werden, wenn wir die wirkliche Top Ten halten würden. Wobei ich vermute, das ist nicht so, weil es wahrscheinlich einfach schneller sein werden. Ja, Top Ten. Wir haben einen Ferrari und beide sauber geschlagen. Und dazu noch einen weiteren McLaren, der ebenfalls auf Soft unterwegs ist. Beide McLaren und einen haben wir davon geholt. Also muss man sagen, wir sind auf jeden Fall ein deutliches Stück von unserem Teamkollegen. Und das mittlerweile mit 8,1,8 Sekunden, obwohl der auf Hardwert eben ist auf Soft gefahren. Aber ein bisschen vor uns, jetzt haben wir es geschafft, auf dem Medium ihn zu schlagen. Und das, wie gesagt, ist nochmal das Ziel aller anderen. Und wie gesagt, wenn wir das so weiter mitnehmen, jetzt auch in der nächsten Session, da können wir tatsächlich echt ein gutes Rennwochenende erwarten. So. Ja, und da sind wir, oder gehen wir mal rein ins dritte Freitag, würde ich sagen. Die letzte Trainingseinheit für den heutigen Tag, für diesen Freitag hier. Und dann gehen wir jetzt auf die Soft. Und dann gehen wir auf die Strecke. Jetzt haben wir mit den Schelzenreifen und mal gucken, was die jetzt können. So, ich gebe mal auf das Fett-Gemisch von Anfang an. Ich muss ein bisschen reinarbeiten jetzt gerade. Ich bin schon ziemlich heiß auf das... Was heißt heiß? Es wird viel Arbeit werden, zum Beispiel, wenn ich dann in Baku oder Monaco, da wird es viel, viel schaltend sein. Aus Singapur wird so eine Strecke werden, da werde ich ja... Da wird es auch eine Strecke werden, wo man einfach wirklich viel, viel arbeiten muss. Aber jetzt gucken wir mal, was auf den Softreifen drauf ist. Das hat wir in 35,9. Keine Garantie, dass diese Runde eh nicht wird. Und da muss ich gerade komplett rund nochmal. einen Gangrunter Schalter mit der. Aber auch nicht wirklich schlecht. Der 36,0. Ja, sorry, falls das jetzt ein bisschen rappelt. Und dann liegt auch an meiner Frist-Feedback. Ich glaube, ich müsste Frist-Feedback anscheinend mal runterstellen. Ich habe die noch bisher noch nichts wirklich verändert. Ich glaube, ich hatte am Ende bekommen, man sollte auch mal den Lenk-Einschlag ändern. Vor allem, der Strecke wie Monaco auf 240. Wir werden uns das nach dem Rennen mal angucken. Wieso, sein hat jetzt ja dringenseinheit. Vielleicht kann ich jetzt wieder ein bisschen im Flow drin werden. Weil die Runde einfach mies ist. Aber wir gucken uns das mal einfach an. Warte mal. Äh, wo war das? Referenzen. Gameplay-Einstellung war das Gameplay-Einstellung? War das Fahrhelfen? Ne, war Gameplay-Einstellung. Ne, ich gucke gerade, sehe gerade ein bisschen, wie sehen wir das? Ich kann ja mal runterstellen. Ich kann ja mal gucken, wie das funktioniert mit der mittleren Traktionskontrolle. Weil, wie gesagt, man kann es ja auch ein bisschen lernen im Training. So, Steuerung, Vibration und Frist-Feedback. Logitech G29 bearbeiten. Ja, hatte ich schon das. So, Kalibrierung Frist-Feedback. Was habe ich denn Frist-Feedback? Ich habe noch 10. Ich kann es mal runterstellen auf 70. Ich hoffe, 70 war die Standard-Einstellung. Äh, beziehungsweise die Einstellungen. Leute, was haben wir denn? Was haben wir denn den Lenkeinschlag? 240? Dann reagiert der ein bisschen anders, ne? Als Neues-Dienst speichern. Ja, ich bin in Ruhe. So. Das war ja so GE geplant mit der mittleren Traktionskontrolle. Das war ja so GEBK. Das war's für heute. Das funktioniert schon mal. Klar, man muss sich doch besser an die Strecke gewöhnen, aber es funktioniert. Das war's für heute. So, dann gehen wir jetzt in die Garage. Es scheint wohl zu funktionieren mit der mittleren Traktionskontrolle, dass das Auto auf einmal deutlich schneller wird. So, gut. Wir können den Satz eh nicht mehr benutzen. Wir haben auch keinen mehr. Dementsprechend ist für uns das Training quasi beendet. Aber 35,2. 0,7 Sekunden, ich halte jetzt auf. Nehmen wir 10. Mal gucken, was wir jetzt packen mit der Zeit. Toll, das ist natürlich... Ja gut, das ist ein Foscinia, ne? Ich glaube, ich kriege hier keine Zeit zur Runde mehr hin mit der Zeit. Ja, schon hart, Ricciardo und so da hinzusehen. Ricciardo hat sich jetzt irgendwie noch mal nicht verbessert, glaube ich, ne? Ja, dann nicht. Der steht immer noch hinter uns. Ja, Ricciardo und Raycione da hinzusehen. Das muss man sagen, auf jeden Fall. Knapp ich dann immer einen Racing Point. Das ist definitiv klar. Wenn wir da auf der Augenhöhe mitfahren können, bin ich eigentlich schon zufrieden. Davor ist es ganz knapp nur ein Renault. Gut, die Lücke der Folle zu den Red Bullen, Mercedes und Ferrari, die ist natürlich gewaltig. Das ist klar. Gut, der Abstand alleine schon von Leclerc auf den Rest des Feldes. Also Leclerc war ja auch quasi in der Realform, dann sind wir rein. Ein wirklich starker Fahrer hier in Bahrain. Nur sein technisches Problem hat eben den Sieg quasi verhindert. Weil sonst hätte der das Ding gewonnen. Das wäre sicher gewesen. Gut. Dann haben wir das Training absolviert. Wir sind durch. Und jetzt haben wir das Training absolviert. So, dann haben wir, wie gesagt, ich bin zufrieden. Zweimal Platz 10 ist okay. Wie gesagt, als erster Vertreter im Platz 19 schenken wir uns. Das waren die Reifen, die gar nicht mehr dieses Wochen ins Einsatz kommen werden. Wetterfeuersage bleibt natürlich trocken. Welche eine Überraschung. Gut, dann würde ich sagen, halt, bis vor du mich jetzt verschwindest. Mal gucken, was wir hier noch ausbauen. Dann können wir, wow, haben wir gerade da den Antrieb, guck mal, guck dir mal den Antrieb, den Entwicklungsumgang. Da sind wir nämlich schon das zweifelste Team. Muss man auch mal sagen, aber momentan, ja, nee, wohl nicht. Aber gucken wir mal, wie gesagt, wir arbeiten uns ein bisschen. Ich glaube, das kann auch sein, dass es nur für diesen Bereich, das wir da bis zum Entwickeln, das wir da bis zum Antrieb entwickeln. Wenn wir da bis zum Entwickeln und alles drum und dran sind, dann sind wir schon mal relativ schnell gut unterwegs. Dann sieht das schon gar nicht so was anderes aus die Welt. Gut, liebe Leute. Lang geredet und viel gefahren und alles drum und dran und ein bisschen was gelernt. Also auf jeden Fall auch. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder dann zum Qualifikationsbedingungen zum großen Preis von Bahrain. Bis dann und tschüss.